Elon Musk ist nun der reichste Mann der Welt. Der Chef des amerikanischen Autoherstellers Tesla überholte laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg den Amazon-Chef Jeff Bezos auf der Rangliste der wohlhabendsten Personen der Welt. Musks Nettovermögen liegt, rechnet man die Kursgewinne der Tesla-Aktien mit ein, bei 188,5 Milliarden Dollar. Musk, der das Internetzahlungsunternehmen PayPal mitbegründet und verkauft hat, führt nun einige der futuristischsten Unternehmen der Welt. Neben Tesla leitet er das Raketenunternehmen SpaceX und Neuralink, ein Start-up, das Maschinen entwickelt, um das menschliche Gehirn mit Computern zu verbinden. Außerdem gründete er die Boring Company, um erschwingliche Tunnel unter belebten Stadtstraßen für ein vollelektrisches öffentliches Verkehrssystem zu bauen. In Deutschland hat Musk mit dem Bau einer sogenannten Gigafactory für die Herstellung von Batteriezellen begonnen.